Hallo und willkommen in der Steinchenwerkstatt. Mein Name ist René, heute bin ich für euch am Start. Und wie ihr seht, ich habe mal wieder was aus China bekommen. Aber Werbung vorab. Wir haben eine neue Kooperation, nämlich auch aufgrund von euren Kommentaren und aufgrund von euren Hinweisen, beziehungsweise auch durch Facebook und so weiter, mit Jointoin. Ja, einige kennen es da draußen, die es noch nicht kennen. Schaut mal da rein. Auch ein sehr großer Shop. Lieferzeit ist jetzt ein bisschen länger als bei denen, die ich sonst so vorstelle. Ja, die beträgt so in der Regel, sagen wir mal, 13 Tage. Ich habe euch auch mal einen Sendungsverlauf gescreenshottet. Ja, und da seht ihr, also das Ding hat von der Bestellung, bis es bei mir war, 13 Tage gebraucht. Drei Tage muss man jetzt allerdings abziehen, weil es in Amsterdam zu Problemen mit der Fluggesellschaft kam. Die haben andere Waren vorgezogen. Kann man jetzt nicht unbedingt für voll nehmen, weil das kommt eher selten vor. Deswegen roundabout zehn Tage und dann ist die Ware bei euch von Jointoi. Auch weiterhin werde ich euch unten verlinken. Einen sehr schönen Artikel, weil Jointoi ist jetzt ein Partner, wenn ich das richtig verstanden habe, von Breaking Bricks. Ja, das ist ein kleiner Blog im Netz. Wie gesagt, ich werde den Artikel unten verlinken. Da stehen auch noch mal so ein paar Sachen zu Jointoi drin. Sehr toller Shop. Ware kommt gut verpackt an. Wie gesagt, bei mir hat es 13 Tage gedauert. Zieht drei Tage für die Verspätung der Fluggesellschaft ab. Also zehn Tage ist durchaus echt super. Ja, aber jetzt genug von dem Shop. Sagen wir mal Werbung Ende. So, Handy auf Seite. Und ja, was haben wir denn heute? Wir haben quasi die Erweiterung zu unserer Log. Die habe ich euch ja schon vor ein paar Tagen vorgestellt. Ja, eine schöne Dampflok angesiedelt im Harry Potter Universum. Und da soll jetzt der Bahnhof drin sein. Ja, und das hier ist generell auch typisch für Sendungen aus China, für alle, die jetzt relativ neu auf dem Kanal sind. Und weil die Frage kommt auch immer wieder auf, wie läuft das denn mit dem Versand aus China und dem Zoll. Ja, problemlos. Auch gerade jetzt nach dem 1.7. und den neuen Zollbestimmungen ganz super easy, weil die Händler sind jetzt doch vermehrt dabei, die Ware schon vorne rein zu verzollen. Sprich, die Gefahr, dass es hängen bleibt, ist jetzt noch geringer geworden. Klar, es ist ein bisschen teurer jetzt bei den Shops. Das zieht sich so generell durch bei allen. Aber die Gefahr, dass es hängen bleibt, ist, wenn ihr mich fragt, ein bisschen geringer geworden. Dadurch, dass es jetzt die Händler im Vorfeld alles schon verzollen. Ganz sicher ist es ja immer noch nicht. Klar, weil geschützte Teile und so weiter müssen immer noch kontrolliert werden. Aber die Gefahr, dass es in die Kontrolle kommt, ist wesentlich geringer. So. Machen wir es aber so. Einen kleinen Turmbau. So, Kiste ist leer. Und was haben wir jetzt vor uns? Wieder ein paar Gleise. Ein paar schöne kleine Grundplatten. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, zwölf Stück an der Zahl. Ja, und eine ganze Menge Tüten. Eine Tüte mit null. Das hatte ich auch noch nicht. Dass da eine null draufsteht, das ist mir jetzt auch gänzlich neu. Ja, und auch so oder ähnlich ist es dann auch bei fast allen China-Händlern verpackt. Weil, ja, Versandkosten sparen, möglichst viel Luft rauslassen und presse da rein. Aber auch wenn wir das so da reinpressen, wirkliche kaputte Teile oder sowas, hatte ich da auch noch nicht. Aber jetzt kommen wir doch mal zu dem Modell an sich. Also ich erstehe hier jetzt auf den ersten Blick neun Tüten plus die Null plus ein paar Basics. Er scheint nicht gerade klein zu werden. Und das ist er. Ja, die 12.0.11 aus der Magic World. So nennt es Malking weiß ich selbst. Weil, klar, Harry Potter dürfen sie nicht nennen. Die Lizenz liegt ja woanders. Das wissen wir ja. Also haben sie ihre Magic World und dadurch jetzt auch diesen, diese Magic Station. Und die ist eine prima, prima Ergänzung zu dem Magic Train. Ja, Magic, Magic, Magic. Aufgeberbogen. Auch mit Gleisen 9,75 für alle, die es interessiert. Ja, er soll groß werden, das weiß ich schon. Er soll schön werden, weiß ich auch. Und ich würde vorschlagen. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, ein paar Gleise sind im Start, dass der Zug auch reinfahren kann. Bei dem Zug waren ja auch schon ein paar Gleise dabei. Das heißt, man hat ein prima Starter-Pack. Aber wie sie es letztendlich alles zusammenfügt, werde ich euch selbstverständlich auch präsentieren. Dafür sind wir hier. Dafür schaltet ihr ein. Und ich würde vorschlagen, ich wühle mich hier durch. Ich schnappe hier die Tüte eins und lege gleich mal los. Also, bleibt gespannt und bis gleich. Es wird groß. Es wird ein Monster. So viel steht jetzt schon fest. Also, wie ihr seht, er endet in der Breite bei 57,5 cm. Beziehungsweise in der Tiefe ungefähr bei 37,5 cm. Die Lok habe ich jetzt mal zum Größenverhältnis reingestellt. Die war ja in ihrer gesamten Lenk knapp 80 cm. Also wisst ihr jetzt ungefähr, wovon wir hier sprechen. Sprich, wir haben auch in der Breite, also so rüber jetzt gesehen, 56 Noppen Breite. Beziehungsweise in der, von hier aus gesehen, in der Tiefe 48 Noppen Breite. Das ist eine echte Ansage. Das ist bisher jetzt aus Bauschritt 1 und 2 übrig geblieben. Ich habe nämlich schon zwei Bauschritte jetzt absolviert. Ich nehme mal kurz die Elemente wieder runter. Damit ich es euch auch mal von unten zeigen kann, wie wir das von unten verklemmt haben. Ja, wie gesagt, die wollte ich jetzt einfach nochmal als Größenvergleich hier drinstehen haben. Damit ihr wisst, von welchen Dimensionen hier geredet wird. Weil das ist echt gigantisch. So. Und da sind sie auch schon weg. Und dann gucken wir doch mal auf die Unterseite. Denn da präsentiert sich quasi wie es aufgenommen worden ist. Also von diesen 16x16er Platten haben wir 12 Stück verbaut. Hier in der Mitte nochmal 8x16er 3 Stück. Dadurch kriegen wir diese enorme Größe überhaupt hin. Ja, da fängt es mir schon auseinander. Weil hier in der Mitte hält das wirklich nur durch seine dass die Schiene hier angesetzt wird. Ja, das ist alles noch sehr, sehr, sehr filigran hier. Und da gibt es auch richtig mehr da. Also der Innenaufbau, der hat sich recht easy gestaltet. Das war mehr oder weniger immer wieder das Gleiche, was man hier unten drunter gebaut hatte. Mit Liftrahmen. Diese aufnuppbaren Liftrahmen. Ich gucke gerade mal in der Anleitung. Genau. So, und die gab es dann in klein und in groß. Und so ging es dann eigentlich grundsätzlich weiter fort. Ja, dann hat man diese großen Bricks darüber gesetzt. Damit man dann alles mit einer Plate zumachen konnte. Beziehungsweise immer drei Plates waren das. Und das war eine ganz schöne Fleißarbeit, kann ich euch sagen. Aber die hat noch Spaß gemacht. Was jetzt keinen Spaß mehr gemacht hat, das waren diese ganzen kleinen Dinger hier zu setzen. Und ihr seht, die fallen noch schon mehr oder weniger auseinander. Beziehungsweise immer wieder ab, weil die sind ja noch nirgendwo fest. Und sobald man hier irgendwas machen will, kommt mal dagegen und plumpst sind sie weg. Dann auch diese kleinen Teile hier oben drauf zu friemeln. Und das ist dann immer schön gerade mit nach unten. Aber egal. Ein kleines Detail, also von diesen Streben hier 30 Stück. sind hier drin. Überhaupt gestaltet sich jetzt schon als Teilspender sehr, sehr gut. Nicht nur wegen den 16x16 Platten drunter und diesen diesen Plates hier, den großen. Nein, wir haben auch sehr, sehr viele von diesen Mauersteinen in 1x4. Also von den in Darkten sind es, was hatte ich gezählt, 17 oder 20 Stück. Und von beige und schwarz sind es sogar bestimmt nur die 30 Stück. Da liegen diesen Sorten rein mittlerweile drin. Da seht ihr es noch. Ja, und was ihr da hinten auch seht, ist der der ist noch aus dem anderen Set. Den habe ich hier schmerzlich vermisst. Weil der war eine sehr, sehr gute Hilfe, um das Ganze hier festzudrücken. Wir haben es wieder mit Go-Bricks-Steinen zu tun, ist ja klar. Moldking arbeitet mit Go-Bricks zusammen oder holt sich Go-Bricks-Steine und da ist die Klemmkraft ja doch wesentlich höher als bei Lego und deswegen hat man den richtig gut gebrauchen können. Ja, ansonsten an Details haben wir hier hinten schon ein kleines Tor verbaut, viele, viele kleine Bögen, zwei etwas größere Pfeiler und ich denke mal, wenn es sich an der Mühe gibt und diese Dinge hier beleuchtet, wird das ein richtig, richtiges Highlight. Entschuldigung. Ja, ein kleiner Mülleimer, selbstverständlich auch das Verhandlungsbild, einen kleinen Zeitungsstand und hier werden wir später das Gleis in den neuen Dreiviertel einfügen und ja, das ist jetzt Bausgett Nummer zwei gewesen, also eins und zwei. Bei eins hat man quasi mehr oder weniger nur die Grundplatte gebaut und in zwei jetzt das Ganze, was jetzt on top steht. die Gleise liegen alle auf einer Plate auf, ja, ihr habt es ja gesehen, unten drunter alles mit diesen 16x16er Grundplatten und da liegen die eben drauf auf. Sprich, man kann es auch, wenn man den entsprechenden Platz hat, richtig gut auch in seine Stadt integrieren, indem man die Grundplatten einfach dann weglässt, weil meistens hat man hier schon was in seiner Stadt als Grundfläche und dann kann man die auch richtig schön integrieren. Ja, ich mache mich mal weiter, ich schnappe mir die Tüte drei, vielleicht auch noch die vier und dann melde ich mich mal wieder zurück. Also, bleibt gespannt und bis gleich. Er wird nicht nur breit und lang, nein, er wird auch sehr, sehr hoch. Wie hoch, messe ich euch gleich mal aus. Ich habe ihn mir jetzt mal geteilt, weil noch geht es um euch hier ein paar Details noch zu zeigen. Ja, also was haben wir gemacht? Also zum einen haben wir hier hinten einen schönen Übergang gebaut über das Gleis und hier hinten seht ihr auch schon ein Formteil, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Also dieser Löwenkopf ist ein Formteil. Das schwarze hier neben ist angesetzt, genauso wie die goldenen Elemente oben drüber, aber das Ganze, der ganze Löwenkopf ist quasi ein Formteil. Aber, wie gesagt, ich finde, die Brücke ist sehr gut gelungen über das Gleis. Sehr schön geworden. Genauso wie wir dann hier neben diesen Bahnsteig 9 3 Viertel gebaut haben. Anhalt vom Aufkleber sieht man das. Ja, das Rot vom Aufkleber und das Rot von dem Brick sind jetzt nicht ganz so überein, aber okay. Dann haben wir hier neben quasi alles mit, oder fast alles mit sehr, sehr vielen Mauersteinen gemacht. Das hatte ich euch vorhin schon mal erzählt. Mauersteine sind hier ohne Ende drin. Ja, das ganze Objekt ist auch zweireich gebaut. Also eine Reihe und die zweite Reihe. Das hier neben ist nur ein Pfeiler. Aber auch da innen drin könnt ihr sehen, geht es mit den Mauersteinen weiter. Na, ich gucke gar nicht dahin, wo ich hin will. Ja, da reiße ich auch noch schon was ab. Alles schöne Mauersteine, sowohl einmal zweier als auch einmal vierer Bricks. Dann haben wir hier hinten den Durchgang zum Gleis 9 3 Viertel gebaut mit einer kleinen Schwingtür. Klar, soll ja nicht ersichtlich sein. Ist ja eine Heimtür. Ja, da oben ist auch ein kleiner Aufkleber drauf. M King Cross steht da oben drauf. Diese Schwingtür hatte unten jetzt eine Plade weniger. Allerdings hatte ich auch eine zu viel. Deswegen habe ich noch eine drunter gemacht. Kommt hier ein bisschen besser, weil hier unten ist immer noch ein kleiner Spalt. Wer sich das Ganze jetzt fließen möchte, da kommt es bestimmt mit der Optik noch besser rüber. Aber so viele Fliesen habe ich leider nicht. Müsste ich mir erst ordern. Weiß ich noch nicht genau, ob ich das mache. Ja, ansonsten haben wir dann auch das Dach von dem Bahnsteig gebaut und das sind drei Plates. Also das Ding hier ist richtig, richtig massiv. Quasi fängt, ist hier der Torbogen. Dann fängt auf dieser Brick, der auf dieser Plate der erste Reihe an. Das schwarze ist dann die zweite Reihe und hier oben sehen wir die dritte Reihe Plates. Hier schön mit Slopes abgesetzt. Hier neben Tom, war Formelemente. Finde ich sehr schön gelöst. Und dann kommen wir doch mal zu dem, was das jetzt auch so wuchtig macht. Das ist nämlich die Kuppel. Also für alle, die Fenster brauchen, für irgendwelche Mox, sind hier sehr gut bedient. Die Fenster kommen alle einzeln verpackt. Ja, sprich, Kratzer sind weitestgehend ausgeschlossen. Klar, hier und da ist mal einer drauf, aber das ist echt nicht der Rede wert. Wie ihr hier auch in der Spiegelung von meinem Licht erkennt. Fast alles 1a. Abgesehen von meinem Fingerabdrücken. Für die schwarzen Kuppel haben wir hier dann noch die blauen Fensterelemente. Und auch wer diese Hinge Bricks braucht, ist hier gut bedient. Alleine Tandwand sind jetzt, ich glaube 32 Stück habe ich gezählt. Und ne, 52 Stück und in schwarz ich glaube noch mal doppelt so viele, weil die schwarze Kuppel doppelt so groß wird. Was mir mittlerweile sehr, sehr, sehr negativ aufgefallen ist, ist die Sauberkeit der Steine. Ich konnte jetzt zum Glück alles so verbauen, dass man es wenig bis gar nicht sieht. So was hier. Aber wenn man hier unten drunter guckt, da wird es dann deutlicher und das ist immer noch sehr wenig. Ich hatte da jetzt durchaus auch schon Sachen, die hatten weitaus mehr Schmutzeinschlüsse drin. Und Schmutzeinschlüsse, die nicht wegzuradieren sind. So und jetzt wollte ich mit euch zusammen mal die Kuppel aufsetzen und gucken, ob ich das hinkriege. Weil das ist ein bisschen diffizil. Mir bricht gerne hier vorne die Leiter ab. Wenn es erstmal drauf ist, dann ist das auch fest. Aber das Ganze erstmal drauf zu kriegen, das ist die große Kunst. Ja, ihr seht, das wird alles nur mit diesen Hinspricks unten befestigt. Er ist fast fertig. Wie ihr seht, ich habe mir das Dach schon einigermaßen vorbereitet. Das hat auch seinen Grund, warum ich mir das so hingestellt habe. Dazu komme ich dann gleich, wenn ich es aufsetze. Weil bautechnisch vorgeschrieben ist zwar was anderes, aber ich zeige es euch gleich. Aber gehen wir doch erstmal auf die netten kleinen Details hier ein. Ja, schaut euch mal, wie detailliert das Innenleben gestaltet ist, was man leider später so gar nicht mehr sieht. Ja, hier drüben ist es mehr oder weniger alles dann nur noch gespiegelt. aber dieses kleine nette Ornament hier aus Technikstein finde ich sehr schön. Auch hier innen drin haben wir noch einen kleinen Diamanten in blau verbaut. Hier oben setzen kleine Fröschlein drauf, ein paar Blümchen Arrangements. Übrigens das hier, auch wenn es schlecht zu erkennen ist, ist alles Flat Silver. Ja, alles was jetzt hier so grau schimmert im oberen Bereich ist alles Flat Silver. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Farbgebung mit dem Pearl Gold. Sehr, sehr schön. Der Bau war ein bisschen nervig, denn man hat sich mehr oder weniger immer bei den Bögen erst unten gebaut, dann die Brücke reingesetzt und dann oben drauf und das hat sich so durchgezogen. Auch hier auch diese haben wir Stück für Stück peu à peu gebaut. Das war ein bisschen nervig, aber nichtsdestotrotz macht es Spaß. Mein größter Kreditpunkt, der Finish von den Teilen, der bleibt bestehen. Gleich am Dach seht ihr es noch besser. Da bekleckert sich Mocking diesmal nicht mit Ruhm. Ja, aber letztendlich die Problematik jetzt bei dem Dach ist, eigentlich sollte es bis hierhin gebaut sein. Das hier ist die Mitte. Dann sollte man es rüberlegen. Dann baut man die andere Seite. Diese. Die setzt man dann auf dieser Plate an und klappt die dann auch rum. Und dann sollen die in der Mitte verbunden werden. Also im ersten Abschnitt habe ich es jetzt nur zusammen mit meiner Frau geschafft. Ansonsten war da so viel Spannung drauf, dass das nicht hingehauen hat. So, und ich gebe jetzt mal mein Bestes, dass ich versuche, das mit euch zusammen nochmal hinzukriegen. Und hoffen, dass mir nicht alles hier zerbröselt. so, wir setzen es erst mal ganz grob drauf. Und dann klemmen wir das auf der Plate hier vorne fest. Wie ihr seht, das ist die wesentlich bessere Technik. Gibt wesentlich weniger Stress und man kann es vor allem alleine machen. Ja, diese Bommelchen hier, die finde ich auch sehr schön. Wenn ich auch nicht unbedingt die Farbgebung verstehe, wobei die spiegelt sich ja im Zug bei den Sitzen dann wieder. Die waren ja auch in diesem Babyblau. So, jetzt müssen wir das hier drin selbstverständlich noch verklemmen. So, und das war es dann auch schon. Jetzt müssen wir innen drin, kann ich euch leider so gar nicht zeigen, weil ich da mit der Kamera nicht hinkomme. Ja, das Ganze muss jetzt noch ein bisschen ausgerichtet werden. Und dann müssen jetzt hier innen drin auch noch die Ketten verbunden werden. Die kommen jetzt hier oben drauf. Diese und dann diese schöne Spitze auf der anderen Seite. Die treffen sich in der Mitte auf so einer Tonne. Ja, und dann haben wir die Ketten hier in der Mitte auch hängen. So, ich werde das Ganze jetzt noch final ausrichten und mir auf den Bautisch, auf den Moderationstisch aufbauen und dann werden wir auch mal einen Zug durchfahren lassen. Also, der kommt noch hier rein. Ja, also der ist nicht fest, der hat oben nur so Slopes drauf, dass das Dach dann ein bisschen Stabilität bekommt. Nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, ich werde es jetzt noch ausrichten und werde es wieder zusammen mitten im Gleis und dem Zug auf dem anderen Tisch aufbauen. Also, bleibt gespannt und bis gleich. So, und jetzt seht ihr auch mal, was das für ein absolutes Geschoss ist, oder? Ein Riesenteil. Alter! Wie ihr über die andere Kamera seht, die Lok ist schon einsatzbereit, sie dampft schon vor sich hin. Ich habe mich gerade gewundert, wo kommt hier der Nebel her? Aber ja, ich habe sie ja schon eingeschaltet. Ja, das hier übrigens war übrig. Ja, nicht viel. Ein paar Fensterteile und ein paar Kleinigkeiten. Soweit, so gut. Gefehlt hat nichts. Das ist umso erfreulicher. Und lassen wir sie mal fahren. Ja, wie ihr seht, ich habe auch den Bahnhof ein bisschen dekoriert. Und Spaß. Absoluter Spaß. Also, Lok fährt geschmeidig rein und raus. Ganz ohne Probleme. Auch wenn hier und da ja angemerkt wird, dass die Lok so groß ist, finde ich jetzt gar nicht. Also, hier passt sie richtig gut. Im Gegenteil, ich finde den Bahnhof sogar noch einen Ticken zu klein. Aber okay, wenn der Passagierwaggon drin ist, können auch alle einsteigen. Dann passt das. So ist das ja in der Realität ja meistens auch. Von daher alles, alles tippitoppi. Nur mit den Gleisen. Also, wenn ihr das mehr oder weniger ähnlich aufbauen wollt, so wie bei mir jetzt, müsst ihr gucken, dass hier vorne, also ich habe jetzt genommen von der Lok dieses Oval plus die Schienen, die selbstverständlich hier drin verlegt sind. Das passt nicht ganz. Da muss man ein bisschen erweitern, denn die Lok braucht hinten und vorne am Bahnhof jeweils noch eine Gerade. Ansonsten kommt die vom Radio sich nicht rein und stößt an der Seite an. Das ist relativ unschön. Ach, es war krass. Ja, so ab und zu bin ich auch noch ein kleines Spielkind. Ich glaube, das muss man auch sein. Ja, und ich habe jetzt nicht alle Schienen höher gesetzt, weil der Bahnhof ist ja auf einer Grundplatte beziehungsweise auf mehreren Grundplatten, Plates. Deswegen rutscht sie hier so ein bisschen durch. Ich habe lediglich hier vorne eine Plate untergesetzt und der Rest ist dann wieder ganz normal auf meinem Tisch gelagert. Ja, es macht Spaß. Ja, ich habe meine Freude. Ich werde noch ein bisschen spielen und in diesem Sinne sage ich euch da draußen, bleibt uns gewogen, bleibt schön gesund und wir sehen uns bald wieder. Ciao. Ja, wir sehen uns dann können wir ´s